ok dann hey ho und herzlich willkommen hier bei mir auf youtube wir gehen heute in die pilze es ist zwar nicht die richtige jahreszeit für pilze glaube ich normalerweise macht man das im herbst oder aber irgendwo wächst bestimmt irgendein pilz und wenn es ein fußpilz ist und den suchen wir wir spielen morals the hunt also meucheln die jagd wir suchen nach meucheln stinkmeucheln sonstige sonstige meucheln und ja das spiel dreht sich um die sammelwut nach pilzen und das fotografieren von heimischen wildtieren voll schön also in erster linie steht hier die grafik und die atmosphäre im vordergrund alles andere ist zweitrangig und ich denke so zum entspannen zum zugucken ist das genau das richtige aber ich will jetzt hier gar nicht lang schnacken sondern wir legen gleich los wir machen ein neues spiel und schauen einfach mal meine kamera ist nicht umsonst hier ich habe nämlich schon mal reingeguckt ihr werdet es aber gleich sehen so nenne dein spielt unsere gucke pilze pilze ist gut achso ich muss das benennen weil pilze war mein test dann nennen wir es auch pilze so wir sind also wir sind durchaus männlich glaube ich hoffe ich schwierigkeitsgrad lassen wir mal auf normal wählen sie um anzufangen saison beginnen erkundungsmodus oder was standard spiel wird dinge wie rekorde und achievements werfen werfen werten ist es ein t oder ja es ist ein t 52 25 tausend punkte handicap alle level freigestellten spieler als ein tier wir spielen schon richtig deine tage seien in minuten 48 ich würde mal sagen wir kürzen das mal auf folgenlänge dann spielen wir praktisch immer ein tag in pro folge finde ich jetzt gar nicht so verkehrt ich finde ich gut ja ich glaube so machen wir es spiel starten mit tutorial selbstverständlich mit tutorial ihr kennt mich ich habe von nixen plan und deswegen brauchen wir tutorial geht los hilfe ein heulender wolf schön krötchen süß ja super stehen auch im wald rum los geht's willkommen zu meucheln die jagd als erstes lass uns lernen wie eine meuchel aussieht und wie man sie aufsammelt drücke enter zum fortfahren aber nur ein controller hast ja ich habe ein controller dann drückt man lasst uns zu dem blinkenden pfeil gehen mit l und er bewegen okay mit er gut dreht kamera mit a laufig mit l laufig großartig nun schaue nach unten das sind meucheln kleinen grünen kreis bei deinen füßen drücke atem fortfahren so muss wieder aufstehen ja ich sehe den kleinen grünen kreis jetzt werde ich beinahe auf die meuchel gehüpft großartig nun geht zu einer meuchel führe die bewegung aus bis der kreis darüber ist wird der kreis wird aufleuchten und größer werden wenn du eine meuchel aufsammeln kannst x halte um eine meuchel aufzusammeln cooles geräusch beim aufsammeln du kannst pilze auch geduckt aufsammeln ducken und ich bin der hand drüber sein aufgesammelt das ist noch mehr guck mal großartig nun weißt du wie man sie aufnimmt drücke atem fortfahren so kann ich noch eine zack lass uns deine kamera ausprobieren drücke um deine kamera zu öffnen versuche ein bild zu machen drücke um ein foto zu machen drücke um heran und heraus zu zoomen aber blick vom haus oder alter wachsen die meucheln bei mir im garten oder was wir machen blick vom haus sieht schön aus ein bisschen rausholen kann sie ok zweifach suche polaroid alter ist ja hier komplett drücke um deine fotos zu öffnen du wirst punkte sammeln und höhere level erreichen indem du bilder von tieren während des spiels machst nun finde die ziegel in meinem garten dann versuche ein bild davon zu machen öffnet die kamera ok ist nun die ziegel da ist hallo ziegel kann ich so ist schön oder nein nicht weg rennen jetzt so blödes vieh will ich doch von vorne mann ja mecker hier nicht rum so wir haben eine ziege 15 punkte neues tier sehr schön großartig nun lasst uns dein inventar öffnen wenn du die gegenstände während des spiels bekommst kannst du sie hier benutzen y drücke um dein inventar zu öffnen ok ich hab noch nichts was denn für was kann super arbeit nun öffne das spielmenü hier wirst du die einstellungen ändern können sowie die ansicht spiel mit motion level fotografiert ok wöchentliche aufgabe finde 25 morgeln alter morgeln nächste pilzjäger level 100 wo wisst schuppiger stilporling pfifferling portobello m jäger fotografen level goldene morgeln oh guck hier ist die ziege das gibt es nicht noch so amsel oder keine ahnung äh ja eichhörnchen das kenne ich hase waschbär waschbär hirsch und das schildkröte frosch ente kuh reier noch eine schildkröte schnapp schildkröte glaube ich eule der möchte ich lieber nicht begegnen tschuldigung alter hier gibt es auch voll die krassen tiere schlange bär wie zau die alte so fortsetzen oder glückwunsch du hast das tutorial abgeschlossen wenn du bereit bist die meucheljagd saison zu beginnen gehe ins haus zurück drücke a zum fortfahren ok dann gehen wir mal ins haus drinnen findet der kampf statt sie sind fertig mit dem tutorial und bereits im klick blablabla viele morgeln und tiere wirst du finden was denn jetzt das war der ladescreen ok der ist geil der ladescreen ist geil was war das bock mit eichhörnchen fett bist du für die ja nein was für heute fertig mit der pilzjagd nein ich habe noch gar nicht angefangen bevor wir die meuchelsaison starten lass uns deine ziele anschauen finde so viele meucheln wie du kannst fotografiere so viele verschiedene tiere wie du kannst finde die goldene meuchel in jedem level wöchentliche aufgaben abschließen ok goldene meuchel das ist schon wieder so was für mich das wird stunden dauern fröhliche jagd so morscheln schmetterlinge und so war nicht bei schmetterlinge und so war nicht dabei gab bei den fotografieren zu von zu fotografierenden tieren da ist ein schön 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 ja hab dich schnuffel noch keinen einen pilz aber schon eichhörnchen fotografiert sehr schön ja wir sollten mal nach pilzen ausschau halten ja komm pilzi 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 da sind doch welche bin so ein blind fisch echt dass ich bin für sowas genau so zack und zack und zack und zack und zack und zack und zack ok super rechter trigger am controller zum rennen ich will nicht rennen will ich rennen ok er rennt auch wagemutig schnellen schrittes so ich will die goldene meuchel direkt jetzt und hier also oder das ist vorgabe nein nicht weg rennen hatte muss ich fotografieren oder so nein jetzt weg dass wir das eichhorn auch meno pilze ein güldener pilz kann ich hier hoch ja ich kann hüpfen das gut vielleicht ist ja die goldene meuchel hier oben irgendwo da kommt wahrscheinlich nicht hoch ich lade wahrscheinlich alle pilze platt hier wächst irgendwie nix no pills today lalalalala da nur zwei ne dummdi dummdi dumm wo ist die goldene morrhorchel schalalalala ja aber jetzt mal so äh grafisch gesehen äh top also hierfür so einen kleinen waldspazigang schön tier tiere beobachten ein pilz hinter die binde kippen ach ne das war was cabin in the woods was für ne woods warte mal das ist aber nicht mein haus von vorhin oder irgendwas pfeift zählt spinne auch komm ich guck mal wir machen mal ein foto von der spinne zack nö spinne zählt nicht wenn du so schönes tier wer plärrt denn hier so da 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 den brauche ich doch bestimmt auch oder vorsichtig ja ein kardinal sehr schön nein ok hat sich's plärren gelohnt kann ich eigentlich auch reingehen äh nein ach das ist ok das ist meine pilzjagdhütte sitzt da noch ne nur ist er weg ich finde hier keine pilze klärchen hat sich du irgendwie in in du 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 wirst du wirst 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 in Also schon schön hier. Ich habe mir das beim Testen in 4K angeguckt. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Was wieder? Oh, doch. Ein Eichhörnchen, oder? Was bist du? Ganz schön großes Eichhörnchen. Oh, ein Wunschbrunnen. Oh, warte mal. Hier sind auch Pilze. Was seid denn hier? Pfifferling. Sehr nice. Die sind aber ganz schön gelb. Sind die nicht normal? Nicht so ganz so gelb? Oh, hier ist alles voll. Cool. Sind Pfifferlinge auch Meucheln? Nee. Ich kenne mich doch nicht aus. Was ist denn hier mit dem Brunnen? Hallo. Das ist ja voller Blätter. Aber da ist eine coole Spinne drin mit einem grünen Streifen auf dem Rücken. Auf dem Poppes. Warte mal. Da sitzt ein geiler Vogel. Geiler Vogel. Warte, warte, warte. Bleib doch mal stehen. Ich will dich fotografieren. Es wird zu dunkel. Nein. Jetzt der Vogel weg. Ach, Mann. Blödäumel. Was ist denn das? Jumping Pong? Nein. Bo, wisst. Das? Das ist ein Stein. Wir haben ja gerade mal sieben Uhr. Oh, scheiße. Jetzt wird es aber echt dunkel. Äh, puh. Ich muss nach Hause. Hilfe. Ich habe doch keine Lampe. Hallo. Ich will nach Hause. Jetzt seht ihr gleich gar nichts mehr, oder? Ich komme hier nicht raus. Hilfe. Ich bin hier in dem Loch gefangen. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts. Ihr seht gar nichts. Das ist so geil. Ja, es tut mir leid, aber, äh, äh, die Nacht ist gerade innerhalb von zwei Minuten reingebrochen. Ich, äh, ich hänge irgendwie hier an dem Baum fest, glaube ich. Die 24 Minuten sind aber auch noch nicht um, Freunde. Sehe ich gerade. Ich habe hier eine Uhr mitlaufen, gell? Also nur zu eurer Information. Jetzt bin ich wieder in das Loch reingefallen, oder? Ja. Leck. Jetzt. Ich will doch nur hier raus. Ja, ja, ja. Ne, da geht es ja noch höher. Verdammt. Doch, doch, doch. Ja. Komm. Ja, ja. Komm, geh doch da hoch. Ja. Sehr schön. Ich, äh, ich, äh, gehe mal Richtung Hütte. Wo ist denn meine Hütte? Da. Ihr seht noch nix. So geil. Komplett schwarzer Bildschirm. Ich glaube, ich gehe mal in die Einstellung. Und, äh, setze den Tag doch wieder höher. Weil das war ja jetzt echt zu kurz. Oder komplett ätzend. Äh, für heute bin ich fertig mit der Pilzjagd, ja. Und, äh, setze den Tag doch wieder höher.